Hallo, hier ist Christoph und wir sind hier auf der Pressekonferenz von ZTE. Hier wurde gerade das ZTE Grand S vorgestellt. Das Grand S ist ein neues 5 Zoll Smartphone bzw. Smartlet mit einem Full HD Display. Allerdings ist es das dünnste Smartphone mit nur 6,9 mm. Wie auch die anderen besitzt es einen Qualcomm Snapdragon S4 Prozessor, der allerdings mit 1,7 GHz gedaktet ist. Weiteres befinden sich 2 GB Arbeitsspeicher und ein schönes Unibody Design mit einem Floating Display. Das heißt, ihr seht hier, das Display wird über dem Unibody Gehäuse herausstehen, ist aber trotzdem ein Gorilla Glass. Zudem gibt es hier verschiedene Farbvarianten, wie ihr es bereits gesehen habt. Gelb, Schwarz, Himmelblau, Grau und Rosa. Zudem noch eine weiße Variante. Die verschiedenen Farben haben auch verschiedene Materialien. So ist das hier zum Beispiel Glossy, leicht filmiert und ein aufgerautes bzw. ebenfalls Glossy Material. Das 13, die 13 Megawixel Kamera hat eine Sony Linse, die ebenfalls HDR Modus bietet im Videobereich, das heißt Full HD Videos und eben eine sehr gute Bildqualität. Das Gerät läuft mit Android Jelly Bean in der Version 4.1 und einer eigenen Oberfläche. Ich kann das hier entsperren. So wie haben wir hier noch Touch-sensitive Buttons, die allerdings momentan nicht beleuchtet sind, könnte gegebenenfalls aber in der finalen Version sein. Das Display sieht wirklich sehr gut aus, scharfe Farben, hohe Betrachtungswinkel und eben eine gute Performance. Ihr seht hier, das läuft hier alles wirklich schön. Ja, das ist das ZTE Grand S. Wann es nach Deutschland kommen wird, ist fraglich. Momentan ist ein Start für das ZTE Grand S in China und in den USA geplant. Das war's. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich kauf lieber online. Kellkunst.de, einer für alles.